so hier sind wir also oben wo der kleine hügel ist der höchste punkt vom hässlberg und jetzt begeben wir uns wieder ab an die abfahrt und zurück über nebenstraßen richtung nördlingen grob leider ist das hier von diesem quad treffen mein letzter film hier weil ich die tour aus privaten gründen früher abbrechen musste und nicht ganz zum ende filmen konnte es fehlt also ungefähr ein fünftel bis ein sechstel der tour ich bitte das zu entschuldigen trotzdem wünsche ich jetzt viel spaß bei diesem teil vom film von der quad tour so 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 Vielen Dank. 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 Wie gesagt,